So, wunderschönen guten Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update Video zu Bitcoin und Ethereum hier auf meinem Kanal. Ich hoffe ihr habt natürlich alle eine wunderschöne Nacht gehabt und wir legen auch gleich los mit der systemischen Kryptanalyse Bitcoin übergeordnet, 4 Stunden Chart. Ja, ich gehe immer noch davon aus, dass wir hier runter gehen in diesem Bereich von 28.315 US-Dollar bis runter zu 27.132 US-Dollar. Das ist diese gelbe Box hier, wo ich schon seit Wochen hier eingezeichnet habe. Sollte diese Box nicht halten, gehe ich davon aus, dass der Markt weiter tiefer geht und zwar auf die 25.682 US-Dollar bis herunter zu 23.617 US-Dollar. Hier in diesem Bereich von 24.023 US-Dollar sehe ich spätestens die Trendumkehr, falls sie so tief fallen, was ich Stand jetzt nicht glaube. Ich glaube eher, wir gehen in diesem Bereich runter und von hier aus sehen wir den Bounce nach oben ins Ziel-Level. Das liegt bei 35.600 US-Dollar bis hoch zu 39.400 US-Dollar. Aber ich gehe primär davon aus, dass wir erstmal hier etwas tiefer gehen in diesem Bereich. Entschuldigung Leute. Gehen wir hier auf den Day Trading Chart und ihr seht es hier, also das spricht alles andere als für die Bullen. Selbst hier auf dem 15 Minuten Time Frame, wir haben hier diese weiße Sequenz drin, wo wir hier eingestiegen sind bei 29.115 US-Dollar. Der Markt verhält sich nicht typisch Bullish, also alles andere als Bullish. Wir haben hier 1, 2, 3 und jetzt das vierte BC-Korrektur-Level angelaufen. Also ich habe jetzt mittlerweile mein Stop-Loss auf den Entry gezogen, sogar knapp im Gewinn, minimal. Alles gefällt mir hier nicht. Also ich hätte hier nach dieser Abwärtsbewegung, wo wir hier ein neues Low generiert haben, ja im Vergleich zu diesem Low und zu diesem Low. Wir haben zwar jetzt das Higher High bekommen, aber es ist langsam unglaubwürdig, was der Markt hier macht mit diesen viermal BC-Anlaufen. Ja, ist gar nicht Bullish. Ich hätte mir hier gewünscht, dass der Markt hier durchzieht. Hier in diesem Bereich wenigstens mal auf die 29.600 US-Dollar hochgeht und diese Sequenz finisht. Er hat es nicht geschafft. Ja, könnt ihr auch am FOMC-Meeting heute Abend liegen. Also nicht vergessen, heute 20 Uhr, Zinsentscheid der FED. Danach um 20.30 Uhr Statement vom Herrn Paul. Ich rechne nicht mit viel Bewegung, ja. Ich gehe davon aus, dass der Markt die Zinsentscheidung schon längst eingepreist hat. Es könnte sein, dass der Herr Paul für eine Überraschung sorgt, dass er zum Beispiel sagt, ja, es wird noch eine Zinserhöhung geben dieses Jahr. Oder er spricht sehr bearish über die ganze Situation. Müssen wir schauen. Es kann sein, dass der Markt hier, dass wir die 25 Prozentpunkte Zinserhöhung bekommen, der Markt dann hochgeht. Und dann sagt Herr Paul, ja, es wird vielleicht dieses Jahr noch eine Zinserhöhung geben und dann runter. Wir wissen jetzt nicht, was passiert, aber das wäre ein mögliches Szenario. Das zweite mögliche Szenario ist, dass wir jetzt schon runtergehen. Wie gesagt, das hier gefällt mir gar nicht, was der Markt hier veranstaltet. Und das sehen wir auch gleich bei Ethereum nochmal ein bisschen besser. Also wie gesagt, ich bin hier leicht im Profit. Werde ich mich ausstoppen lassen. Sollte der Markt jetzt hier nach unten wenden. Es gefällt mir einfach nicht. Und sollte mich ausstoppen und danach hochziehen, ist es halt so. Ist nicht so tragisch. Und bin ich sowieso froh, wenn mich hier irgendwas ausstoppt. Weil heute Abend beim FOMC Meeting wird es auf jeden Fall Volatilität geben. Und ob der Markt dann zuerst nach oben zieht oder nach unten. Es wird einfach nur wieder Stop-Loss-Phishing geben. Und deswegen wäre es natürlich gut, wenn der Markt davor hochzieht. Und mich im Gewinn ausstoppt. Oder im größeren Gewinn. Und ja, also wie gesagt, hier in diesem Bereich, wo der Markt sich jetzt gerade befindet, in diesem BC-Korrektur-Level, würde ich auf gar keinen Fall ein Long versuchen. Es macht einfach vom Risk to Reward absolut keinen Sinn mehr. Wir sind ja schon viel zu nah am Level. Und was wir hier oben sehen, das 38,2er ist auch ganz knapp über uns schon. Wir haben schon fast angelaufen. Und ihr wisst, das 38,2er ist so der erste Bereich, wo der Markt wenden könnte. Oder bestätigt wenden könnte. Deswegen hier in diesem Bereich absolut kein Einstieg mehr. Weder Short noch Long. Ich warte jetzt ab, was der Markt macht. Mehr kann ich nicht machen. Dann gehen wir auch auf Ethereum schnell. Bei Ethereum erwarte ich auch nach wie vor, dass wir hier etwas tiefer gehen. In diesem Bereich noch eintauchen. Der liegt bei 1.828 US-Dollar bis runter zu 1.760 US-Dollar. Sollte dieser Bereich nicht halten, sehe ich den Markt tiefer bei 1.611 US-Dollar bis runter zu 1.432 US-Dollar. Aber mein Primärszenario ist, dass wir hier hingehen. Jetzt kann ich eigentlich das POV auch weg machen. So. Also dass wir hier runter gehen und dann von hier aus dem Bounce nach oben bekommen. C-Level liegen mittelfristig bei Ethereum bei 2.500 bis hoch zu 2.770 US-Dollar. Übergeordnet rechne ich in den nächsten Monaten mit über 3.000 US-Dollar. Das wäre dann hier diese blaue große Sequenz, was wir hier schon seit Monaten offen haben. Ja. Das sehe ich mittel- bis langfristig bei Ethereum. Kurzfristig seht ihr hier schon. Wir hatten auch bei Ethereum diese Sequenz, wo ich nicht abgeholt wurde. Deswegen habe ich dann Bitcoin getradet. Aber ihr seht jetzt hier auch Daytrading Setup. Der Markt hat hier auch einmal, zweimal, dreimal und das dritte BC-Korrektur-Level hat jetzt auch schon zweimal angelaufen und nicht nach oben reagiert. Und was wir sehen könnt hier, hat der Markt auch das 38-2er angelaufen und hat von dort aus eine Rejection bekommen. Das 38-2er ist von dieser Abwärtsbewegung. Das Gesamtkorrektur-Level. Respektive das BC-Korrektur-Level. Wenn wir hier weiter rein zoomen, raus zoomen, seht ihr hier von dieser Abwärtsbewegung, von dieser gesamten lila Sequenz, das BC-Korrektur-Level. Das ist das 38-2er. Und ihr seht, der Markt hat hier einmal nach unten reagiert, hat es nochmal probiert, wieder nach unten reagiert, ist weiter runtergegangen, wieder probiert, wieder rejected worden, kurz davor also. Also ihr seht, der Markt hat hier schon Probleme durchzubrechen. Du bist 38-2er. Bei Bitcoin ist es ja ein ähnliches Szenario. Seht ihr, hier oben ist das 38-2er. Also, gefällt mir beides nicht. Spricht einfach für die Bären. Die haben, stand jetzt, immer noch viel Power. Bei Ethereum, was wir hier sehen können, ist, wir haben auch diese Vector Candle, ja, jetzt geschlossen, ja. Lustigerweise liegt sie genau am 38-2er. Was für ein Zufall, ja. Aber Hauptsache, man hat coole Wörter wie Vector Candle, vielleicht erfinde ich auch etwas, wie Lightning Boxen oder sowas. Hey, das wäre nicht mal die schlechte Idee. Zu geil, echt. Also, der Markt kommt hier mal in Lightning Box zurück. Vielleicht mache ich auch so Blitzzeichen rein. Dann habe ich auch was Cooles erfunden. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier, wir machen hier auch Lower Highs. Ja, jetzt schon. Und es ist, so, hat zittrige Hände vom Kaffee noch. Lower Highs, Lower Lows. Nicht signifikant, aber wir machen sie. Und, ja. Also, was auch sein kann, ist, dass der Markt sich hier noch stabilisiert, aber wegen dem, wegen dem bisschen, was er hier jetzt verloren oder noch nicht durchgezogen hat, gefällt es mir halt gar nicht. Ja, das waren hier ein halbes Prozentpunkt bis, bis da oben zum WC-Korrektur-Level. Sprich, nur 0,27% bis zum Ziel-Level erreichen. Also, wenn er jetzt selbst kurz davor wendet, gefällt mir absolut auch nicht bei Ethereum. Ja, wie gesagt, ich lasse mich ausstoppen bei Bitcoin, in meinem Bitcoin-Trade, im Gewinn, leicht im Gewinn. Sollte er dann doch wenden, ist es halt so. Sonst kann ich nicht viel machen. Ja, und dann schaue ich natürlich nach Einstiegen, aber heute Abend werde ich wahrscheinlich keinen Einstieg mehr wagen. Ich lasse den Markt jetzt laufen und werde dann morgen früh neue Einstiege suchen. Heute nach dem FOMC-Meeting lasse ich jetzt mal den Markt beruhigen. Trades laufen mir nicht weg. Und ich würde sagen, das war's dann, liebe Leute, mit dem Update-Video. Ja, und ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch und wir sehen uns und hören uns dann zum nächsten Update. Macht es gut, euer Joe. Ciao, ciao, Leute. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020